Liebe Einkäufer in den Unternehmen dieser Welt, die ihr helft den Mittelstand anzutreiben ohne dabei im Rampenlicht zu stehen, die ihr so oft in der zweiten Reihe steht, wenn der Vertrieb wieder die erste Geige spielt und die ihr so oft so viel Zeit aufwenden müsst bei der Suche nach den passenden Lieferanten oder der Abwicklung kleinteiliger Bestellvorgänge. Liebe Einkäufer, wir haben da etwas für euch. Eine Plattform, die euch mit den Lieferanten dieser Welt vernetzt, die euch die Arbeit im Alltag einfacher und euch effektiver macht, die alle Prozesse vollständig digitalisiert und automatisiert. Zugegeben, das haben wir nicht neu erfunden, aber wir haben es konsequent weiterentwickelt und mit ein paar Besonderheiten versehen, damit ihr euer Potenzial nicht nur verbessern, sondern auch vollständig entfalten könnt. Darum haben wir unsere Plattform offen gestaltet, offen für Einkäufer und offen für Lieferanten. Als Einkäufer habt ihr so die volle Auswahl, wann ihr mit wem wie ins Geschäft kommt und wo ihr euch die besten Konditionen sichern könnt. Und als Lieferant eröffnet sich spielengleich neue Möglichkeiten, mit neuen Einkäufern in Kontakt zu treten und so neue Geschäfte zu tätigen. Damit das Ganze am Ende auch eine runde Sache ist, haben wir die Einkaufsprozesse in alle Richtungen durchdacht und zu einer rundum sicheren Cloud-Lösung gebündelt. Einfach, zukunftssicher und vollständig vernetzt. Gebt euch nicht mit einem Instrument zufrieden, lasst das ganze Orchester für euch spielen. Bühne frei für das Onventis Cloud Procurement Network. 0 ver-Wtech Minimum Viewers 2 f 7 2